Das sind doch zwei. Eins, zwei, drei, vier. Dann müsste dahin... So, ja. Dahin müsste dann... Hoch! Boah, da kann ich ja... Der ist ja nicht wieder zu erkennen hier. Ich bin ins Lager reingekommen. Ah, in den Birken, weißt du? Ja, da hat sich an dir das getan. Ein bisschen verändert. Hm. So, du hast jetzt eins, zwei, drei, vier Stacks und 40 Rotsteine. Ja. Das hört sich gut an. Das dürfte reichen für die... Für die restlichen Laternen bis nach Oberkleinwieselberg. Ja. Da fehlt nur noch der... Der Glühstein dann. Der reicht nicht ganz. So, und dann... Ach, das kann ich da hinten auch noch erweitern. Ja. Ja, das werde ich dann machen. Ich will das einfach jetzt maximal ausnutzen. Und das reicht dann ein für alle Mal. Dann machen wir eben den Zorn wieder weg. Ach, am Feld. Ja, ja, ich bin jetzt wieder am Feld. Das ist ja wieder Tag. Dann kann ich ja wieder da... Ich habe das lange jetzt nur weitergebaut, weil du unterredest warst und schlafen nix war. Ja. Ich glaube das eben. Okay. War ein Creeper in Rüstung. Das wäre es noch, wenn die blöden Viecher Rüstung hätten. Ja. So, mir gehen natürlich wieder die Zäune aus. Ach so, da darf ich wieder nicht abbauen. Ja, auch nicht. Dann musst du das machen. Wieso darfst du denn? Ja, ich will das spawnchern. Guck hier. Ah, okay. Da kann nur ich dann. Ja, okay. Dann mache ich das eben. Du könntest noch ein paar Zäune bauen. Guck ich das. Die Werkbank in der Tasche, ja. Ach so, darf ich ja auch nicht da platzieren. Hey, gib mir da her. Jetzt ist die Werkbank natürlich weg. Ja, bei dir, bei mir noch nicht. Ach so. Minecraft hat noch nicht kapiert, dass es mir verboten hat, da was zu machen. Hallo, wo kommt die mal wieder? Okay. Ach, da haben wir auch noch. Oh, das ging recht schnell. Ey, jetzt verschwinden die da auch. Ich bin so fällig. So. Das ganze Feld in dem Sprungsschein? Scheint so. Ähm, ja. Wir sind nicht weit von, du sagst es, 20 Feldern. Ja, so ungefähr. Ah, hier darf ich. Hier, das. Da ist doch das hier, genau. Da darf ich. Da darf ich. Da auch. Ja, da nicht mehr. Okay, also ich kann diese Felder nicht ernten. Ja, dann mache ich das eben. So, aber ich wollte ja was anpflanzen auf diesen Feldern. Aber Moment, ist das mit dem Wasser? Wieso ist der Eimer dann leer? Wieso geht, also wie ging denn Zorn? Weiß ich auch nicht mehr. So, also. Da und dann hier Weizen. Eins, zwei, drei, vier, genau. Da sind es auch vier. Okay, soll ich Birkenzaun? Äh. Das gibt es auch jetzt? Nee, ich soll mal Birkenzaun. Okay. Naja, wenn man es weiß, ist es ja okay. Okay, dann machen wir einfach mal hier mit weiter. Aber 18 rein, statt. Wenn wir den Weizkopf schon da haben. Gut, wir hätten sie gar nicht gebraucht. Hier, ja, da vorne fehlt aber auch noch was hier. Hier, dort vorne. Da ist auch noch eine kleine Lücke. Übers Wasser. Oh, hier darf ich sogar setzen. Oh, 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 wow. Das ist wieder ein bisschen weiter weg. Über das Wasser rüber heute? Ja. Ich will das Wasser nicht zumachen. Das ist ja ganz schön in Ordnung. Ganz nett. So. Ich bin ja gespannt, wer geliebt, äh, äh, Saatgut haben. Also das Lied, das ich gerade höre, das ist, das ist ein Zinito. Das gefällt mir nicht. Ja gut, ich meine, es ist immer was anderes, aber, naja, ein bisschen doof, eben. So, da fehlt noch was. Ich mach mal die Reihe dazu. Oh, das war's. Okay, dann pflanze ich wieder Kartoffeln. So, Kartoffeln. Äh, nicht aufessen. Hinsetzen da mit dem. Geh mal gucken, was ich gut. Ach, jetzt hast du hier auf dem Haus auch noch die Taten. Ähm, Tore gemacht. Ach so, ja. Genau. Mit keinem weiteren Viecher reinrennen. Na gut. Komm. Machen wir aber so der Reihe nach hier. Jetzt wird's schon wieder dunkel. Nicht essen. Ja, hohe Kartoffeln sind ja nicht lecker. Nicht wirklich. So, aber, ja, ich hab noch viele Kartoffeln. Ach so, ich muss die auch in die Hand nehmen. Dann kann ich sie auch hinsetzen. Ja, das ist schon, schon gewachsen hier. Also, Kartoffeln haben wir auf jeden Fall genug hier, dass wir alles anpflanzen können. Jetzt kann ich nicht sehen, wann das Lied aus ist. Aber ich glaube, Na ja, das musst du ja hören, wann es aus ist. Fängt gerade Neues an, meine ich. Mhm. Ah, ja. Kartoffeln sind alle, wir müssen mal, ich bin am Bett. Ah, Moment, ich muss hier raus aus dem Acker. Ah, hier. Ich hab gerade mal noch so ein bisschen Eisen auf die diversen Öfen verteilt hier. Ach so, ja, nicht verkehrt. Und ein bisschen Gold. Das ist aber wirklich nur ein bisschen. so. Roger, sagst du, vier, vier, der Stamm ist voll. Vier und vöclich oder sowas. Ja, das ist so, ja, das ist ganz ordentlich. Und sehr, aber ich glaube, wir sind auch, wir sind bald fertig hier. 16 Lapis, hab ich auch noch in der Tasche. 16, oh ja, nicht verkehrt. Mal hier rein tun. So, nicht essen, Mensch. Haben wir hier noch Weizenkörner? Hm, keine Ahnung. Oh ja, jede Menge. Wege einer Kartoffel geht es jetzt nicht aus. Dann muss ich mal den Rest holen. Ja, du bist gerade an mir vorbeigelaufen, beziehungsweise an dem Weizen vorbeigelaufen. Das liegt ja nicht da. Ach so. Ah, hier. Gut, ich brauche nicht mehr viel, aber ein bisschen was. Ach, und eine Kartoffel fehlt. noch, ja. Ja gut, da wird ja wohl ein bisschen was wachsen, der gleich. Einmal habe ich gerade schon Kartoffel geerntet, um die da zu gehen. Zack, so, und da noch, da noch. Mir fehlt auch einen Weizen noch. So. Nur Weizen haben ja genug. Hier bei mir, da. Okay, dann werde ich mal drin im Lager weiterbauen und können wir was essen. Ach so, das hier sind alles Kartoffeln oder was? Ach so. Ja genau, ich habe vorne, habe ich Kartoffeln, hinten habe ich Weizen. So, jetzt war man dann ein paar Kisten. Soll ja alles vollgestellt werden? Ach, das schon. Okay. Hat er auch schon. Nee, aber da oben noch nicht. Ja, dann machen wir das nochmal. zack, und zack. So. Und hier auch. Zwei haben wir noch. Boah, ist hier noch ein Glas drin, ist es auch das? Ja, Glas ist nur noch eine Menge, ja. Stimmt. Ah ja, da sind ja Rottsteine. Ich habe ja alle in die eine geballert. Ja. Die muss, die muss ausgeleert werden, die muss ja da weg. Ja gut, ich kann ja mal so, das gehört, hier in eine andere Kiste ballern. Ja, genau, ein bisschen trennen, die ganze Erde, das ganze Holz in eins. Ja, komm, hier machen wir. Aber gleich mal. Äh, ach so, ich muss ja hier hin. So. Ähm, und Kisten. Da liegt auch schon Plume drin, was ist da denn? Oh. So, das reicht. Ja, doch, könnte aber nicht kommen. Ah, jetzt setzt sich da wieder was hin. Hoch! Ja, das hat ich gerade so, das jetzt nicht. Hab ich vertan. Haha. Oh, zehn. Hm, doch, das reicht. und da noch. Zack, und, zack, und, und, kann ich dazu. Kann die weg. Da haben wir auch schon was. Da, kann auch weg. Ach, was mach ich denn da hinten? Erstmal nix. Lass ich mal so. Und da, das will ich aber so nicht lassen. Wo haben wir denn das Eich, äh, hier, das Ganze? Äh, Birkmalz. Das ist zu viel. Und noch eine Spur. Oh, Moment. Und der kann weg. Ach, hier gibt es noch einen Zwischenraum. Ah, okay. Einen Zwischenraum? hier im Haus. Hinten meinst du? Ich bin ins Haus rein, direkt links, und dann muss ich ja decken, von daraus kann man noch in ein anderes Zimmer. ins Haus rein, oder links? Und hier, ja. Ja, das Haus ist nur noch nicht eingerechnet, Das ist nur noch, deswegen wollte ich hier die Werkbank hinballern, die da draußen stand. Ach, stimmt, das ist ja weg hier. Ah, genau. Was ist denn mit der Kuh? Weiß nicht. Ich höre sie. Die ist wieder reingegangen. Aber was mit ihr ist, weiß ich nicht. Ah ne, die ist, die ist doch da. Die ist noch auf dem Balkon. Na gut. Ich mache hier mal den zweiten Türflügel auch auf, dann kann sie da, oh, jetzt gehe ich mal in den Turm und gucke mir den mal an. Na, das ist doch nichts. Aha, da ist, hm, 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 da noch ein kleines Fenster, schön, okay. Da ist dieses Zwischenstockwerk mit Fackeln, okay. Ja, einfach nur, dass da mit der Expand. Hm. Ja, da geht es bis, also bis ganz aufs Dach kann man nicht. Wieso, wolltest du Dacharbeiten machen? Nee, ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz nett, wenn man da hin könnte. So als Aussicht noch mal ganz oben. Aber ja, ist ja egal. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ist im Feld alles jetzt in Ordnung? Von hier oben sieht es so aus. Da steht doch die Werkbank. Ja, eine Kartoffel fehlt noch, aber noch ein paar Fackeln hinsetzen, das ist nicht verkehrt. Ja. Die ist verkehrt gesetzt hier. Obwohl auf dem Feld selbst nichts spawnt. Ich sehe gerade an dem Wasser innerhalb des Zaunes ist noch Gras. Da könnte was spawnen und dann auf dem Feld rumrennen. Dort meinst du? und dort auch. Jetzt sehe ich es gerade nicht mehr, weil ich wieder runterkomme. Ja, ich mache es einfach weg. Genau, jetzt ist da Wasser. Dann machen wir das auch weg hier. Und da ist auch noch was. Ja, genau. Aber da ist Zaun. Okay. Ja. Das Wasser hat sich da wieder hängen gespült. So, hier ist eine Kartoffel gewachsen. Gucken wir ein, ach da. Da muss ein bisschen Platz machen. So, wo fehlte die Kartoffel? Da hinten. Wo das ist, das weiß ich nicht. Mhm. Sieht doch alles recht sicher aus. Ach so, ich wollte ja noch Fackeln setzen. Da noch eine hin. Und an den Ecken. Das ist diese blöde Mücke hier wieder. So. Da kommt man nicht durch. Ja, das soll man aber durchlaufen können. Der ist ein bisschen klein hier, der Baum. Der hat auch unterschiedliche Blätter. Da waren wohl mal mehrere Bäume. Da war noch eine Birke. da fehlt ja noch was. Sieht fast aus wie ein Alphabaum. Die hatten auch immer so unterschiedliche Blätter. Das ist ein Alphabaum. Ein Alphabaum. Aus der Alphazeit. Ach so. Ursprünglich gab es nur eine Baumsorte. Ich glaube, Buche war das. Die hatten aber, die Blätter, die du jetzt kennst, die hatten die alle schon. Da waren dann alle an dem einen Baum. Ach so. Okay. Irgendwann wurden dann halt neue Holzworten eingeführt. Und dann hatte auch jeder, jede Baumsorte auch ein eigenes Blattwerk gekriegt. Aus denen bereits vorhanden ist. Ich will das zertrampeln. Ja, da bin ich auch schon rumgehüpfen. Ja. Ah, okay. Weil man könnte es auch einfach, nee, kann man nicht. Wolltest du einfach Fackel setzen und wieder wegkauen, aber Fackel kann man nicht platzieren. Muss man da auf der Erde noch machen. Okay. Naja, alles andere dauert zu lange. Wenn man eine Fackel setzen könnte und weghauen, das wäre ja rucki zucki, aber geht nicht. Ach, die Kiste muss nachher, genau. Krieg nicht. Ah, jetzt. was ist denn hier noch zu machen? Ein paar Blumensätzen noch. Blumensätzen? Ja, ich will ja noch Blumen. Oh, das sind aber nicht so viele. Das kann mal weg hier. Das kann, aber die hat noch nicht mehr Kiste. Ah, da hast du Stein rein? Okay. Und da ist Erde. wunderbar. Hof, gibt mir die Tür vor der Erde zu. das kann ich noch nicht mehr tun. Vielen Dank.